Hallo liebe Annie, ich möchte mich gern auf diesem Weg bei dir bedanken. Du hast deine wundervolle Musik uns im Oktober auf unserem Retreat, wo du gemeinsam mit mir warst, deine wundervolle Musik zur Verfügung gestellt und es war so so schön und all die Teilnehmer sind so wundervoll in Resonanz gegangen und in große Tiefen eingetaucht mit Hilfe deiner wundervollen Musik. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Vielen Dank.